So liebe Freizeitparkfreaks, wir sind im? Fortfahren. Ja, und wo befinden wir uns genau hier? Hier sind wir im Silver Bullet Saloon und bei den Screechy Sauce. Ah, okay. Und du bist der? André Bleck. Und was genau machst du, André, genau? Ich bin hier der Sägenverkäufer. Das heißt, in meiner Show geht es darum, um die neuesten Produkte, meine Sägen, aber auch meine Guillotine beispielsweise und Klingen für den Haushaltsgebrauch. Und was die so alles Magisches können. Ja. Wie bist du denn überhaupt damals zur Magie gekommen, zum Zaubern? Das ist lange her. Ich habe angefangen als Jongleur. Okay, krass. Und irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht und dann ging das immer weiter. Und ich habe auch als Kind, wollte ich immer Zauberer werden. Ich habe einen Zauberkasten geschenkt bekommen. Ja. Und dann war so dieses Grundinteresse schon geweckt. Okay. Und ich war als kleines Kind bei einem Zauberer auf der Bühne in einem Freizeitpark tatsächlich. Okay, krass. Und das waren so die Startschüsse und alles kombiniert. Ja. Jetzt stehe ich hier. Okay, wie lange machst du das jetzt insgesamt? Wie viele Jahre? Ich mache das jetzt circa seit 13 Jahren. Krass. Dass ich auf der Bühne stehe. Und ja. Ja, man merkt, es ist Leidenschaft. Das merkt man. Ja, ich sage auf jeden Fall danke. Es war super schön. Ich kann nur sagen, alle, die jetzt im Endeffekt hier, ja, ist ja jetzt leider dieses Jahr der letzte Tag, aber auch für nächstes Jahr hier hinkommen wollen zu Halloween, macht das definitiv und besucht auf jeden Fall seine Show. Es lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und... Ich habe nicht zugehört. Sag mal YouTube. Cut. YouTube. Check it out. Danke dir. Danke dir.